Musik Neben verschiedenen Heizlösungen spezialisiert sich die Firma Hermapro aus St. Georg im Attergau seit 2006 auf die Planung und Herstellung und den Vertrieb von exklusiven Feuerstellen. Wir haben uns vor einigen Jahren entschieden, diese Gartenkaminne zu produzieren und herzustellen und haben es geschafft mittlerweile zu einem der führenden Hersteller in Europa zu werden. Und wir haben uns ausgezeichnet mit Qualität und der perfekten Ausführung. Handgefertigt in Österreich und Bayern zeichnet den Grill die doppelwandig gesteppte Haubenform aus. Einzigartig die integrierte und 360 Grad drehbare Funkenflugtür, die jederzeit für Komfort und Sicherheit sorgt. Im Brennraum befinden sich acht hochwertige, wasserresistente Vermikuliteplatten, die für eine perfekte Isolierung und Wärmebestrahlung sorgen. Mit unterschiedlichem Zubehör erweitern sie die Funktionen des Gartenkamins nach ihren Wünschen. Ja, in erster Linie gibt es da den herkömmlichen Grillrost, dann haben wir eine Steckpfanne, eine Wokpfanne, einen Gulaschtopf für Glühwein und für Gulasch zum Beispiel. Und dann haben wir einen elektrischen Händelantrieb und vieles mehr. Damit man das Sommerfeeling mit Freunden bis in den Herbst hinein genießen kann, bietet der Gartenkamin nicht nur einen besonderen Grillspaß, sondern auch eine angenehme Wärmeabstrahlung. Ja, ich wollte eigentlich einmal meinen Freunden zeigen, was wir da so machen. Und aufgrund von der Zeit ist es nicht immer möglich, dass man das vorführen kann. Und ich hoffe, dass die Leute heute begeistert sind mit der Geschichte, was wir da heute gemacht haben. Wir sind ja da auf allem hinten raufgefahren und haben das einfach einmal vorgeführt. Und ich denke einmal, dass das ein gelungener Abend wird. Und dass die dann auch jetzt in den nächsten Minuten feststellen, wie warm das sein kann und was auch viel Abstrahlung hat. Was sagen die Freunde nach der Vorführung? Es war super. Es hat mir auch viel gut gefallen. Es geht so rasch, dass das heiß ist und dass man auch gleich das Fleisch auflegen kann. Es war auch voll lecker. Es war super. Also ich muss sagen, da muss ich mir auch gleich das Heberwaren besorgen. Also ich kann nur sagen, Gratulation. Du kannst nur viel, viel Erfolg wünschen beim Vertrieb und beim Verkauf dieses wunderbaren Gerätes, dass das, glaube ich, für alle Leute von Interesse sein sollte und auch sein wird. Wenn man das sieht, wie schnell das geht mit den Grillen, möchte man sich das selbst auch anzulegen? Naja, das ist eine Überlegung, die sich bei mir wirklich jetzt dadurch gestellt hat. Und ich habe meinen Garten neu gestaltet und ich bin mir sicher, dass ich irgendwo einen Platz allein für das Equipment finden werde. Und ich bin stark am Überlegen. Der Hermapro Gartenkamin. Eine ideale Kombination aus Terrassen und Grillkamin und eine Bereicherung für jeden Hotel- und Gastronomiebetrieb. Besichtigen Sie Ihren Hermapro Edelstahl Gartenkamin direkt bei Hermapro in St. Georgen im Attergau.